Ob hin oder her, was sind eigentlich die Möglichkeiten für ein Auslandssemester hier an der Uni Fechter? In 45 Sekunden einfach erklärt. In der Uni Fechter kann man als regulärer Student relativ viele Auslandssemester in irgendeinem Land machen. Ich zum Beispiel war für ein Semester in Brasilien und war an den Stränden und habe den Amazonas und so weiter besucht und es war eine echt schöne Stadt. Übrigens ist Brasilien hier. Viele Leute, die sich wundern. Als Austauschstudierende kann es eine Herausforderung sein, hier ein neuen Fechter zu sein. Deshalb bietet das International Office Unterstützung und Beratung bei Fragen um das Studium, Aufenthaltsformalitäten sowie das Leben in Deutschland und in Fechter. Das Team ist ganz nett und organisiert immer Veranstaltungen oder Programme, um den Austausch zwischen deutschen und internationalen Studierenden zu fördern. Genau. Wiedersehen.